Eigentlich schon, ja. Schönen, da muss ich auch mal weiterzocken. Ich hab ein Lobby rein. Okay. Belassen. Haben sie schon versucht, die Konsole aus- und hier anzuschalten? Das ist ja... Ohne Lust. Hm. Das ist ja über mobile Daten, ne? Könnt ihr vielleicht an diesem N-AT-Typen liegen? Ja, aber da hat sie ja selbst eine Lobby quasi, oder? Weil zum Beispiel im Studentenwohnheim hatte ich diesen N-AT-Typ D gehabt und D kann irgendwie nur A-join oder so. Ja, das hängt von dem Provider ab. Oh, der muss das ändern. Ja. Richtig. Versteht nicht. Ja, kann man ja easy auf das wird schon abgucken. Einfach einen Verbindungstest machen und dann steht da was zum Typ du hast. Nein, Rasen. Sand. Das ist kein Rasen. Das ist alles dasselbe. Aua, Blue Shell! Doch der Kopf mit der Rasen haben wir schon... Oh, nö. Ich hab dich gewahrt. Kann ich denn zu? Die hat mich irgendwie gerettet, aber irgendwie auch nicht. What? Na, ich bin an der Blue Shell. Ich bin umgefahren mit der Hupe und dabei die Blausch. Ach, lol. Gern geschehen, Akkos. Zug! Ich weiß, dass... Näm. Banane. Kann ja nicht alles kaputt machen hier. Muss ja auch ein bisschen auf Akkos aufpassen. Auch wenn er mich eisgert in Smash betrügt, aber... Ich glaub, Smash war heute ziemlich ausgeglichen bei allen. Außer bei Kano und Ultra, aber die zählen eh nicht. Wenn ihr mich hört, ihr zählt nicht. Typ D. Ich weiß jetzt leider nicht. Ich müsste mal nachgucken, ob ich das wieder... Ich hätte mal irgendwo ne Tabelle gehabt, wo da steht, welcher Typ wem joinen kann. Ich suche... Ich hab halt Fischlucht. Ne, ich hörste Fisch. Ich glaub... Ich geh gleich mal kurz raus und such mal danach. Wer für dich? Hm. Also war ein Akkos gerichtet. Ja, du wirst ja. Ja, okay, okay, okay. Ja, okay, okay. Ja, okay, okay. Ja, für dich? Hm. Schade nicht. Wer war nicht gerichtet? Oh, okay, okay, okay. Ja, okay, okay, okay. Ja, okay, okay. Ja, okay, okay, okay. meinst du ich bin für dich er hat dich vorher gesagt hier für dich ach verdammt nicht ich wollte die grüße hinter mir halten aber schmeißt sie nach vorne was ich auch noch selbst getroffen das wäre dann so klassiker auch für dich leider nicht nein ich hätte drei redschatz gehabt ja den kopf geworfen hätte es kann keine durch ja wegen dem blitz war noch unter dem schutz vom blitz warum 38 wie weit bist du von vorne bitte zu weit einfach zu weit jetzt aber für dich denn die dmd in 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 dmd ich komme mal kurz ich komme immer so genau ist es mal willkommen zurück das gleiche mit gleich ich muss glaube ich gleich was zu lina schicken weil ich habe da glaube ich was rausgefischt gleich hilft das badadada badadada wieso ich habe nicht mehr meine münze essen aber nicht hinter dir weil du das nnnn, finde ich doof finde ich witzig hihihi duof was war das denn sowas, gf. und ne bombe? möglich ich war schon wenn ein spiel da ist welches viel und das vier alte ja weil ich wieder mit dem kumpel dass das ja zocken wollte und ich wollte sich bei der gegenwärts und spielen warum holt er sich nicht einfach man center das hat er ja aber wir hatten bock auf 4 und deswegen muss das spiel noch mal neu bestellen weil ich meine die ich immer noch abweg gehackt ist woher warum das denn eiskalt Ach ihr seid ja beieinander, ich habe mich gerade gefragt wo Akkus ist. Ich weiß nicht. Was sagt ihr die Seite dazu? Fehlerbebung bei NRT bezogenen Problemen. Das Problem wird empfohlen, dass sie ihre Internetverbindung prüfen, wenn sie blablabla vorgenommen haben. Bei Netzwerken mit striktem NRT-Typ werden... Ja genau. Ich habe B. Ich habe B. E? E steht gar nicht drauf. Ne B. B hieß du. Oh Gott. Internetverbindungstest. Ich weiß gar nicht was ich habe. Ich habe A. Steht hier. Und du bist auch ein A-Siate und kein B-Siate. So logisch. Ja ist okay. Soll ich mal eine Lobby machen? Ich öffne mal eine Lobby und kannst mal gucken ob du reinkommst Selina. Ah jo. Hallo. Raum erstellen. Okay. Ist offen. Vielleicht klappt es ja so. Dann könnt ihr ja auch joinen oder so. Hey Juna Streamer ist meine Lobby. Nein Quatsch. Ja. Mach mal. Ja tut mir leid. Ich habe doch immer gesagt ich würde den Streamer nehmen. Jetzt habe ich endlich die Chance dafür. Ja. Belastend. Tja spielen wir halt ohne Selina. Hallo. Röretäten. Ich muss mal jetzt. Ach Gott. Ich hasse dich. Betty. Nein. Nicht da hinten. Nicht da hinten. Mach ich wollte die Akkus bewerfen aber jetzt hat es so ein bisschen. Ich habe drüber nachgedacht ey. Wow. Ich bin ehrlich ernsthaft in der Draft runter geflogen. Habe ich dich mit der Ratchet getroffen. Ich habe jetzt nicht die Zeitlupe die Lerre lange geschwebt. Akkus ist ein Hacker. Ja. Also jemand in der Draft mit einer roten zu treffen ist sehr effektiv. Ja. Ich habe auch ein bisschen gewartet aber ich dachte du hättest irgendwie eine Banane oder so gehabt. Nein leider nicht. Das wäre ja Banane. Achso. Ja dann war das gewollt. Das tut mir auch nicht leid. Ist ok. Ich habe gleich bespielen ja eh genommen. Ich habe gleich bespielen ja eh genommen. Ich habe kuck mal an ey. Ich kann kuckkugeln ey. Warum ist eigentlich wahluigi Pinball ey. Ich möchte mal sagen dass ich jetzt vier Runden lang versuche die Penguin Map zu wählen ne. 1 zu 3 ne. Nicht einmal meine Map 1 zu 3. 33 Prozent. Wir sind drei Leute gerade. In den ersten beiden Runden war sogar 50 Prozent. Ey der hat den Blitz gezendet. Ich wurde schon wieder in der Röhre von was erwischt. Von der Blitz? Du auch? Belassen. Mezi? Ich war ja. Ich habe sogar keinen Blitz. Ich bin der Erste. Ich bin einfach zu. Ja wer weiß. Ich bin zu gut für den Blitz. Vielleicht hast du ja Blitzcheat an. Ja wen brauche ich nicht wenn ich die ganze Zeit dann verwundet bin. Nein. Ich fahre die ganze Zeit auf 200 ccm. Deswegen fahren wir ja generell nur 150. Damit das immer schneller sind. Das ergibt 0. Dann bin ich einfach immer schneller. Ist die Liga jetzt drin bei dir Aribo? Ne. Sie ist nicht drin. Ich weiß gar nicht ob sie uns gehört hat. Aber aktuell bin ich alleine in der Lobby. Also wir gehen jetzt einfach mal raus und rüber zu Haribo. Und wenn Selina irgendwann mitbekommt dass sie bei Haribo sitzt. Dann mache ich wieder einen auf. Nein. Also in der Userliste. Mhm. Dann hoffe ich aber das klappt mit Monster Hunter. Ja vielleicht mal gucken ob das mit Mario Kart klappt. Mhm. Also das heißt du hast dann wahrscheinlich eine B-Verbindung dann? Äh ja ich müsste B haben. Belastend. Ja gucken wir mal. Ach Matti. Was ist denn? Ich habe gerade kein item zu bekommen. Ich brauche sie. Falking dem Penguin gefangen. Das habe ich gesehen. Wer ist King Penguin? Ja hier der Nick. Äh der Bot. Mann Matti. Was denn? Das ist nicht Netti. Ja dann. Geh. Doch zu. Netto. Ja dann geh doch zu. Ja dann geh doch zu Nidl. Ich weh nicht zu Nidl. Na 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 na. Das war bestimmt meine. Ja geh geh. Ja du saß immer teuer da. Ja. Ja. Weil sie. Nein. Ja Mann ey ich hab doch ne Bananen. Mann ey. Wirds. Wirds. Ja. Oh Mann ich wollte das doch bleibt auf. Mal fischfächern oder ey. Natürlich. Verdient. Ja du gar nicht. Mann ey. Warum gehst du die Feuerwehr dahinten ey. Mann. Auch verdient. Voll random ey. Muss auf Haribo gehen. Der ist auch ganz. Der ist auch ganz. Weil er auch ganz eins ist. Ne. Und ich sind Freunde ja. Sind sie das? Ja. Ich weiß nicht. Ich hab auch ganz überlegt zu sagen Haribo. Nein. So wie du nach morgen also mal rumläufst. Ne. Kack bin du ihn. Jawoll. Oh das ist meine Chance Haribo einzukommen. Ja. Warum wollen alle mich überholen. Ja du vor mir bist. Was ist das? Da. Für dich. Mann. Kackbombe. Nein. Ey. Ich hab nach hinten geguckt. Ey. Von wem kam die Red Shelf. Von mir. Von mir. Ja. Diabetes. Ja. Diabetes. Ja. Und Diabetes. Ja. Ja. Yolo. Wow. Und die Meri so bunt. Wow. Und hey Handballer was geht. Das braucht mir zu machen. Hey Handballer. Oh. Das war bisschen knapp. Möchtest du. Mann ey. Nein. Ich weiß die Sachen noch nicht nach vorne. Ja. Achim und du. Hast du runtergefallen? Ja. Ich bin da. Hat dir die Lücke dazwischen gefallen. Ey. Willst du gerade zweimal runtergefallen? Ja. Weil ich ja klein war. Da hatte ich nicht wirklich genug Speed gehabt. Zweimal. Oha. Belassen. Bananen. Oh scheiße. Ich bin runtergefallen ey. Belassen. Ja. Ich hoffe jetzt kommt der Busch ey. Nein. Bist du da wirklich reingefahren? Nein. Ich bin sogar vorbei gefahren. Ja. Selina kann aber auch dir nicht beiträgen. Hm. Schade. Alter. Ah. War so ein Wimpermann. Ich wollte ihn hineinwerfen. Ich wollte da Nicker werfen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ne. Ich hatte zwei Red Shills ey. Aber eine wäre wie 9. Ne. Aha. Nein. Zeig. ...und wie so ein Rätscher, ey... Mann, ey, noch ne... Ja, wie viel... Komm schon, Blume! Blume, gib Gas! Blume! Ne! Belastend. Schade, ey. Hm... Na, dann weiß ich leider auch nicht. Irgendwisschen Banane. Banane? Hm, Banane. Banane! Ja, genau, diese Fehlermeldung ist normal, glaube ich. Ja, die ist normal. Also, wenn das mit diesem NNAT-Typen zusammenhängt, das hatte ich im Wohnheim halt auch immer bekommen. Was kann man da dann... Hm... 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 Was kann man da dann... Ach, komm! Ich hab' nicht, ey. Hab' ich gesehen, ey, was du vorhattest. Dafür musste das jetzt auch, schade. Nein, meine drei Pilze! Hm... Was wäre, wenn Selina die Lobby macht und wir da rein-join? Hm... 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 Ich muss sagen, das sind so wieder Dinge, die ich verstehe... Warum gibt es so einen überhaupt multiple NNAT-Typen, die mit anderen keine Verbindung aufgehörten? Was ist denn denn, warum? Ich hab' auch keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also, was ist denn der Zweck davon? Was... Was hat man denn davon? Also, bin da so ein Null in der Materie drin, aber ich seh' da jetzt nun keinerlei Nutzen hinter. Ich auch nicht, muss ich sagen. Also, ich war auch überrascht, dass ich das erstmal von gehört habe. Ich dachte so... Hm... Warte, ich hab' was für dich, Matti. Wieso hast du denn ne Blue Shell auf Platz 3, ey? Weil du so weit vorne bist? Boah. Man, ich fahr' so'n Stoß grad' zusammen. Man, ey, wieviel? Ja, wieviel? Oh, Leute! ich bin einfach unvermeidbar wer kommt zurück Skyler, ich habe gerade keiner gesehen ich dachte du wolltest dich erholt wenn du fit genug für Clips bist, dann bist du auch fit genug für MarioCut wo lag, da lag hier für dich hier für dich die trifft aber noch nee, das war Mattys ich habe meine nach hinten geworfen und wollte eigentlich Haribo geklappen, es tut mir leid Nick mann, als ob ich da hängen bleibe umfährst du da lang ja ich habe zu spät gedriftet achso, belassen dann habe ich die Kurve nicht mehr gekriegt ja passiert mir auch etwas achso, nein erkenne da nichts hättest du uns auch ruhig warnen können, Nick sollte ich weil wir Freunde sind das wird zweifelig hier für dich warte, warte jetzt nein hier Nick für dich hm hier Matti nochmal mal wie viel hast du denn hier Nick nicht genug Digga Matti nein ich wurde von der eigenen Grünschel getroffen oh das ist belassen ach Haribo mann 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 ja Dankeschön ich weiß ja nicht ob ich es gesagt habe Dankeschön für den Clip ich muss so langsam bald wieder die restlichen Clips noch zusammensammeln Chips stimmt, ist ja bald Ende August wie lief gestern nachs Bett um 3 hast du noch was gemacht? nö hat dir nach Vereinsanlass so ach ja da war ja was achso, ich dachte da draußen nimmer hin ja vielleicht klappt das ja mit Monster Hunter ja vielleicht klappt das ja mit Monster Hunter abladen also ich sag's mal so ich hab mit der Person geredet wieso ich nicht hin wollte echt? what? nachdem sie mich zuerst ignoriert hat ja das ist doch kackegal einfach ignorieren ist doch passiert hast du hier hey Mitty was denn? ich hasse dich ich habe gar nicht gemacht ach das war Nick das war Nick das war Nick das war Nick nee das war Nick das habe ich genau gesehen ich kann sich wahrscheinlich selbst zu Bombe gelegt und dann ich war die Bombe achso da war Nick das war Nick das war Nick da ist wirklich so mit dir ich spiel bisschen mehr shooter ich bin das Spiel cool und das spiel aus кажется weiter nicht nö das ist kein Shooter ey es ist noch ich hab einen Run oder was willst du mit dem ich schieße auch schon wieder eine bombe many was online ist die red ich hab doch noch nicht wie viel nicht genug wer ist mit sie damit ab ja ich kann ja nix dafür wenn du zwischen matti und mir wirst du hast einen geist ich habe die gehört ich bin vorbei gefunden habe die bluschen auf der anderen seite gehört weil die so nah dran ist auf der dieser plätze grüße und ja genau wir probieren dass die kategorie geändert werden oder sein der reislauf und kann nur kurz rein und freue mich dass team stein gewonnen und was sagst du es ist besser als der zweite teil wenn es die nicht gegeben hätte so schlecht ist das wird schon teilt ja welcher und meint er mit dem hai mit dem hai das ist mein hei nein 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 warum denn auf den pilzen ja hast du verdient mit ihm das ist doch schon wieder du mit deinem kackdelfin ich habe keine ahnung ich habe den booster irgendwie nicht bekommen und dann bin ich runtergefallen äh ne bluschen kommt das hab ich gesehen nein das hat keiner gesehen älter was ist das warum hat nick den stern, geh weg ey so weh alles auf mich so weh ich so weit nick hat den stern bestimmt was ja ich hab ihn grad mit den stern gescheatet das sah lustig aus haupt der rarivo mitgenommen ey lass mich doch nicht einfach so beißen hier du hättest ja auch hier früher loslassen können ja ich wusste nicht wann du kommst, sie hatte ein bisschen angst ach so komm hier brauchst man noch keine angst zu haben wie weit vorne seid ihr drei bitte nicht so weit nicht weit genug na soweit dass ich auf der sechsten platz eine rakete bekomme ja ist das nicht normal ich weiß nicht ob man raketen bekommt das muss man denn sein damit man keine mehr bekommt nicht froh, genau ich hätte gerne auf platz 2 schon eine rakete ich hätte auch auf platz 1 eine rakete jetzt übertreibt nicht nick ey immer muss ne machen witzig dass bei harry wo das nein, nein, da bin ich schon fertig mann, 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 mann das ist das, äh, das ist der Ojo das war sogar meine map ja deswegen fand ich das so, äh, so ironisch das ist da irgendwo ja, aber das war Zufall ja, also trotzdem I hate you ja, ist okay ja take this bitte, bitte, bitte trifft, bitte hey, die kamen gar nicht hier sehen nein oh, oh der war natürlich, ähm, mach du mal unten wie, wie willst du in Hund äh, unten ketten wenn du oben bist Hallo, vielleicht ist die ja schnell gefühlt dann bitte die davon nach unten kommen nä Ich bin einfach schneller an Kotaku Fassel nein, wir sind der blaue Joshi ich hies mal nicht aber das ist noch ein blauer Scheiger der ist dann eben gedjoint keine Ahnung und das scheint aber der ist direkt vor mir danke für die aufklärung ich hab dich gerettet ja, also, Bob! also, okay äh, voll gerne und so ach so, war noch nicht die letzte Runde ja, 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 geht noch ein bisschen ich dachte schon, ich hab mein Item schon nach hinten geworfen belastend du hast dir rot nach hinten ja, ich hab dir rot nach hinten ich dachte, es war die letzte Runde warum lachst du hast es auch schon aufgedacht wahrscheinlich hat sie so die ganzen Item und sagt, wie komm, nur Red für Rapper random Wollt ihr das tun, ne? na, ich seh schon aber ich bin im Ziel, also kriegt ihr erst, äh keine Map ja, durch das hab ich dich nicht gerettet ich dachte mir so egal die macht ne extra Runde Hilfe bitte, bitte, sei ich schnell genug sei ich schnell genug man war ich schlecht ja genau so wie meine Franz Noten 22 ja, ist nicht ganz lustig ja, das wäre, das ist tatsächlich er ist für Aribu leichter, weil er da nicht zählen, sondern rechnen muss zählen gar nicht, rechnen geht 4 x 22 ich hab mir eine Zeit lang versucht, es schön zu reden, dass ich Französisch gewählt habe, aber ganz ehrlich, ist es einfach nur mein Hassfach, brauch ich mir nicht schönreden äh, warum willst du denn französisch? weil ich dachte, sonst komm ich nicht auf Gymnasium ja, auf Gymnasium nicht mal ey, wenn willst du auf Gymnasium? du bist nicht gut begabt warum ich auf ein Gymnasium will, ich will Abitur du bist aber nicht gut begabt nee, komm mal hier ich hätte von Anfang an auf ein Gymnasium gehen können so gut waren meine Noten aber meine Eltern sollten mir den psychischen Stress nicht antun ja, ist ja auch das Spiel das Schulsystem ist ja voll banal und unnötig ja, richtig ich meine, die Lehrer machen aktuell eh nix so wie ich das von meinen Nachhilfekindern höre schon hätte ich bevor ein Video natürlich wird mir jetzt die goldene PS gestohlen was willst du? ich bin unvermeidbar genau wenn ich die brauche, um eine coole Abkürzung zu nutzen die ich gesehen habe auch im Grunde ja, es gibt eine die habe ich durchs schnell hier Zeitplan herausgefunden das gibt es jetzt noch eine richtig Stimme ich habe noch ein bisschen Spaß für Matti abgeworben, Mann, ey die Müllung gerade auf den Pilzen ey, Milly hast du dir Hardcore Jamf? ne, ich kenne ihn man, ey der ist direkt am Anfang ja doch der, ja doch der, klar der geht doch mit dem Pilz easy kannst du den? muss ich sogar in 200 CCM dann habe ich den Zeitplan genutzt ja, ich bin sogar dritter, weil ich den Tag B überhole und hey Shiny Kirby hey Shiny Kirby, was geht? ähm, der Witz ist schon ziemlich alt, muss ich sagen was ist das? du fragst, was ist los süßer und dann sagt er nix und bei dir? das ist der Witz aua was ist das für ein Witz? ach so so war das ja so nicht nur Hoffnung in Skylar sondern auch Träume richtig ich bin eine recht komische Person also ich bitte alles ignorieren, was ich sage aber nicht ignorieren, was ich sage ok? ignorierst bitte nicht, was ich sage, aber alles was ich sage ignorieren wenn man so sehen will, ist Haribo sozusagen ein Darkrai was ist ein Darkrai was ist ein Darkrai? echt mal ein wow das ist kein Darkrai auch noch was ist das denn? was kennst du dann? Darkrai ist ein Albtraum Pokémon ja das Genitraum zerstört ich bekomme nur Pilze ich war letztendlich bekommen nur Pilze das finde ich lustig ja Nick was? wie hat dich die Redshare nicht getroffen? ich hatte ne Greenshare wow aber hier du brauchst bestimmt auch Mann ne Nick wird alles ab ich bin lang ich glaube nicht schummelt ich habe einen Cheater ja ich habe einen Cheater ja glaube ich auch kann man Nick melden? nein machen wir nicht ja lassen man kann nur mit Schießgewinn ach so ach das ist deswegen hat Nick Tausende Accounts weil man ihn immer gemeldet hat ja ja Haribo ja könntest du aufhören vor mir in den Geist zu gehen äh soll ich lieber nen Stern gehen wär dir das lieber Haribo mir auch egal also ich höre mal auf Haribo Haribo ok sticht mal ey diese scheiße Bumerang ich hab noch eine blaue nein jawoll ich kann doch mal aufholen ich kann doch mal aufholen scheinlich hör du kannst doch mitzocken falls du bock hast also nur wenn du bock hast ich hab mich extra runterfallen lassen damit mir ich keinen Schaden nehme aber wenn nicht dann ist auch okay dann die dir auch einen schönen Abend und bis zum nächsten mal und lass dich nicht von der Eiko hergehen er ist manchmal so hallo manchmal ja denn die anderen manchmal und du bist halt nicht im voice achso Mathi du klamm was willst du language hey RABY ich war dritter ich war dritter Loretty warum keine ahnung was passiert ist blaue ja ich merk grad ich bin gar nicht erster ist belastend ach du hast das spiel nicht belassen das war knapp ich hab dich noch überholt ich bin stolz drauf aber es ist fraglich ob ich stolz drauf sein sollte ich bin stolz drauf Drecke, ich hab die nie, ich kenn die nicht, weil, wo kommt diese Strecke her und warum hat sie Kurven? Der Witz ist jetzt schon seit einer Woche vorbei und Rasha ist immer noch damit beschäftigt. Nein, zu schnell! Belötzend, ey. Wer ist Platz 1 eigentlich gerade? Ich bin's nicht. Nix. Nein. Ach, many pets! Ich bin der blaue Yoshi. Hör auf zu lügen, ich bin der dunkelblaue Yoshi. Ich finde cool, Willi. Wir sind ja ein blauer Heller, Feiger. 6. Das ist die, das ist die erscheint, die Kirby. Ey, ey, ich werden keine Leute mehr. Ich darf diese Strecke nicht fahren. Ich darf diese Strecke einfach nicht fahren, weil ich viel zu schnell bin. Hilfe! Achso. Ja, wenn jetzt... Drück Y dann. Mann, Nick, das hilft doch nicht. Ja doch, das ist doch die Bremse. Drück... Wessi! Was willst du? Du kriegst kein Geld von mir. Du warf Ultra. Und dann mach es einfach so wie ich und drück die scheiß Schlauchsteuerung an. Ja, Schlauchsteuerung. Ekehaft. Wer mir macht das Schwede? Aufsteuerung, ey. Was kommt als nächstes? Kann ich doch all die coolen Abkürzungen nicht mehr nehmen? Doch, du kannst sie nehmen. Ja, ich kann sie nehmen, aber mit wieviel Kraft und Aufwand? Nö. Mit Null. Mit Nullaufwand. Hier, Manny, für deine Schlauchsteuerung. Ich meine die Offroad-Abkürzungen, hallo. Ich meine die krassen. Wo ich fünf Jahre lang Offroad-Road fahre. Du kannst die dafür nur mit nem Pils nehmen. Mann, was ist los? Ich kann das nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Alter, Grubel Willi carried jetzt. Ich werde trotzdem noch ein guter Platz wegen Grubel Willi. Danke. Puh, war knapp. So. Nein! Nein! Tu'm alle! Der war ja so kacke, ey. Voll schlimm. Boah, Matti nicht erster. Ja, ist. Aber wie war los? Die Rehwogenstrecke nochmal. Guck mal, lustig. Haribo Strecke wieder ist Tokio. Er ist als Ninja-Dosu jetzt Tokio. Wenn gleich dieser chinesische Drachenpalast kommt, ne dann... Dann hab ich Mario Kart durchgespielt. Weg da. Du Sessin. Warte ich? Mann, ey, jetzt war ich so irritiert von irgendwer, macht da haupt seine Kontrollstick von hinterher rechts. Das hab ich ausgenutzt. Vielleicht war ich das ja. Ja, wahrscheinlich. Ne, grastet wieder aus hier. Ich glaub auch. Mann, ey, niemand. Mann. Mann, jetzt sind wir noch mal meine... Oh, Haribo getroffen. Also wurde gesagt. Haribo? Er hat halt die Grüne. Wollen wir das fast nicht ankommen. Wollen wir das fast nicht ankommen. Belastend. Wollen wir das fast nicht ankommen. Belastend. Oh, zu spät. Ne, war nicht zu spät, war nicht zu spät, alles gut. Ui, 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 ui. Mann, Matti. Fahr da rein. Ja, du bist immer da rein gefahren. Mann, ey. Hat wohl wahrscheinlich den Charakter gewechselt. Nö. Ja, aber wer ist denn jetzt der Blowshackle? Ja, aber wer ist denn jetzt der Blowshackle? Holter Schackle. Ich wollte nochmal überfahren. Schade. Könnt ihr mit den Grünen bitte aufhören? Ich hatte auch ein bisschen Angst. Was? Ich hab doch was besseres. Mann, warum ist da keiner rein gefahren? Ja, doch nicht so besser, was? Boah, Alter, Alter, Mann, ey. Ja, getroffen. Getroffen. Nice. Nein, nicht die Bombe. Erstmal. Jawoll. Boah, ey. Die Bombe, Mensch. Das war so bescheuert. Die Green Shell hat alles ruiniert, ey. War meine Green Shell? Ja. Ist eigentlich irgendjemand in meinem Bombe gefahren? Nö. 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 Nö.